Aktuell bin ich Single. Ich hasse Menschen. So, Text vorbei. Nee, Quatsch. Das ist kein Grund für die geschätzte Damenwelt sofort in Ohnmacht zu fallen oder meine Telefonnummer herausbekommen zu wollen. Es ist nur so, ich bin zu haben, Ladies. Ich habe Ahnung von Frauen, die es mir sozusagen mitgegeben. Das fing mit meiner Urgroßmutter an. Sie sagte einmal, Junge. Da war ich schon froh, denn vorher hatte sich das nie so angefühlt. Aber ihr Satz ging noch weiter, deshalb musste ich den Freudentanz, zu welchem ich meinen damals noch recht straffen Körper in Position gebracht hatte, kurz einfrieren. Junge, sagte sie noch einmal und ich sagte, yeah. Denk immer daran, du musst deine Freunde mit Bedacht auswählen. Du darfst nicht jede Freundesanfrage bei MySpace einfach annehmen. Check das Profil aus, Digga, sagte sie. Mach dich nicht unglücklich, indem du dich jeder Schüler-VZ-Gruppe anschließt, die dir vor die Nase fällt. Informiere dich vorher, was das genau ist in die NSDAP. Ist auch erstmal jeder eingetreten, was dabei herausgekommen ist, wissen wir ja jetzt. Und gruschle um Himmels Willen nicht jeden, du hast auch deinen Stolz. Sei nicht der, der bei einer Party zuerst das Schönste, dann das letzte Mädchen anhimmelt, am Ende trotzdem alleine nach Hause geht. Biete alten Frauen in der Straßenbahn immer einen Sitzplatz an, jungen Müttern mit Kindern aber nie. Immerhin haben die neun Monate das Kind getragen. Da kommt's auf die paar Monate mehr auch nicht mehr an. Die haben starke Muskeln, sind außerdem vergeben. Das wäre doch Perlen, vor die Säue werfen. Hüte dich vor Mädchen, die dir anbieten, in ihrer Küche zu schlafen. Hüte dich vor Jungen, die dir anbieten, in ihrem Bett zu schlafen. Hüte dich vor Schafen. Die haben ihren ganz eigenen Charme, ehe man sich's versieht. Muss man sie heiraten, also sei auf der Hut. Die Erde ist ein böser Ort und nur wenige überleben ihn unbeschädigt. So sprach meine Urgroßmutter und die musste es wissen, denn die arbeitete vor dem Krieg in einem Eisenwalzwerk. Von ihr hab ich die Vorsicht, das Einfühlungsvermögen und die weiche Haut. Von meiner Mutter hab ich eine gewisse Schnottrigkeit, Gradlinigkeit und eine Prise Sarkasmus mitbekommen. Meine Mutter war krass drauf, man könnte fast sagen, die derbste Maserfackerin in der gesamten Hut. Meine Mutter hat deine Muttersprüche gebracht. Gegenüber mir. Mama, krieg ich ein Eis? Deine Mutter kriegt ein Eis, du Spast. Von meiner kleinen Schwester hab ich gelernt, dass es nicht immer hilfreich ist, Mädchen in die Brüste zu zwicken, außer wenn sie ausdrücklich darauf bestehen. Ansonsten reagieren sie sehr gereizt. Ach, ich hasse Menschen.